sonst machen wir einfach nur einen test ohne dose aufmachen so auf jeden fall schon zu schnell ja ich wollte gucken wie es vom focus ist moin leute heute gibt es mal ein video was ein bisschen aus der reihe fällt ich habe auf twitter mal gefragt ob es nicht witzig wäre wenn ich einfach mal so deleted scenes mäßig ein spannender hat was für die hochladen würde zwar ist das ganze ist das schon fast ein jahr her aber wir arbeiten noch gerade hinter den kulissen an dem spannender hat was zwei auf twitter kam das ganze auf jeden fall sehr gut an und ich hoffe ihr habt sehr viel spaß bei den folgenden szenen ist jetzt nichts allzu besonderes aber es wurde sich die ganze zeit sowieso so eine art outtake video gewünscht also viel spaß die ganze linse war nicht um ist der tono man ist der tono also bitte eure schnauze und bitte die kamera läuft einfach anfangen einfach anfangen ok denk dran du kannst ein bisschen ja ich mache die musik an es kommt jetzt erst dieses intro und erst wenn diese diese kick einsetzt dieses tic tic aber ihr seht es dann schon an mir ihr könnt das mit dem wippen gerne mal jetzt mitmachen hier mit dem kopf wackeln und pumpen und stärker und jetzt komplett ausrasten wenn das gleich richtig los geht jetzt kommt so eine kleine break jetzt könnt ihr ein bisschen freestyle machen und jetzt geht es richtig ab und jetzt komplett ausrasten und pause alter Läuft. Okay. Und auf links. Schon nicht so doll, ganz entspannt. Und doller. Noch gerne mal ein Bein heben. Freestyle. Noch nicht so viel. Jetzt gleich nach dem Drop. Komplett ausrasten. Jetzt sieht meine Brille beschlagen aus? Nee. Gut, weil sie ist beschlagen. Ach, läuft? Achso. Ja. Pumpen. Hör mal die Arme so ein bisschen heben. Hallo, grüß. Den hier, den hier. Also, wir machen quasi das gleiche wie eben in dem Kreis. Nur, dass wir jetzt bei dem Extrempart anfangen. Und dass das von unten ist. Aber jetzt kann ich auch gerade so machen, dass wir nicht reinhalten. Du kannst deinen Penis gerne rausholen. Halt mal still. Hör auf zu schwanken. Okay, let's go. Läuft? Ja. Nee, ich wollte nur... Wir machen jetzt den Extrempart mit, ne? Ja. In der ersten Drehung schon. Und jetzt kannst du anfangen. Wie kann das hier denn noch komplett ausrasten? Also, spart euch eure Energie. Jetzt kommt der langsame Fahrrad. Nach dem Drop richtig, kommt direkt am Ort. Und jetzt! Nicht klatschen, das macht keiner. Guck einfach ohne Emotionen. Ne, Flasch, nur Flasch. Okay. Lass dich mal ein bisschen gehen, Flasch. Ja, spiel mit der Kamera. Oh ja. Du nimmst die nächsten Paare noch mal mit. Mach ein bisschen entspannt. Und gleich noch mal komplette Eskalation. Und wir können uns auch ein bisschen mehr geben, aber nicht zu viel. Alex, gib ein bisschen mehr. Halt noch durch. Ja. Geil. Und ab jetzt kannst du irgendwas geben. Nicht so viel Gas am Anfang. Und jetzt ein bisschen mehr. Denk dran, dass du dann noch richtig ausrasten musst. Und reicht's. Du gibst richtig ab jetzt. Gib mir alles, was du hast. Und go! Und go! Kamera läuft. Okay, alle in die Kamera. Und nicht grinsen oder so. Passt du? Ja. Cool. Noch ein Foto. Ich zähle euch ein. Fünf, sechs, fünf, sechs, sieben. Und bap, 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 bap. Ah, ah, ah. So ein bisschen dynamisch mit dem Körper. Und immer in die Ecke gucken. Und jetzt versuchen wir gleich schneller zu werden, wenn es richtig ballert. Machen wir es einfach doppelt so schnell. Aber jetzt bleiben wir noch so wie es ist. Und jetzt wird's nicht doppelt so schnell. Weiter. Cha, 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 cha. Nichts, 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 nichts. Danke. Ich hab da echt bisschen groß. Die letzte Reihe haben wir uns geschlagen. Die letzte Reihe haben wir uns geschlagen. Das war geil. Aber du hast auch dein Fußball so drüben gehabt, Alter. Das schaust du mit dem Knochen auch geil aus. Da sieht man da so zick, zick, zick. Kamera läuft? Ich hätt das schon raus. Vorne. Läuft. Und magst du dann schauen wir jetzt. Das war's. Ja. Da sind wir noch. Das kann man wissen. Heine K拔uer werden. Mitteln Das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß gar nicht, ob du da sogar näher ran musst. Jetzt noch mal ausrasten. Immer noch nichts. Okay, langsam Bier. Okay. Okay. Und cool down. Jetzt noch weiter, weiter. Alle in die Kamera gucken. Cool. Ich bin Robin, oder Periktis, und ich habe die Musik für den Spandauer Hardbass produziert. Das heißt, ich habe zusammen mit Kalle die ersten Konzepte, die damals noch ungefähr so klangen, dahin gebracht, dass das ganze Ding nun so klingt, wie ihr es kennt. Okay. 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 Okay.